In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr ein Musikvideo mit geteilten Bildschirm mit FilmWall9 bearbeiten könnt. Bleibt dran! Hallo zusammen, hier sind wir wieder. Bevor wir anfangen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken, damit ihr über unsere nächsten Veröffentlichungen auf dem Laufenden gehalten werdet. Habt ihr in der letzten Zeit so ein Musikvideo gesehen? Ein Musikvideo mit geteilten Bildschirm ist eine gute Möglichkeit, eure musikalischen Fähigkeiten zu zeigen, euch mit Familie und Freunden zu verbinden oder einen neuen Schnitttrick auszuprobieren. Schauen wir, wie man diese Art von Video bearbeitet. Es kann beängstigend sein, mit dem Schnitt eines Musikvideos mit geteilten Bildschirm zu beginnen. Um es einfacher zu machen, habe ich daher alle meine Clips auf der Zeitachse gespeichert. Lasst uns die einzelnen Musikvideoclips anhand ihrer Wellenformen synchronisieren. Wenn wir mit der integrierten Splitscreen-Funktion beginnen, wird uns das das Leben erleichtern. Um die einzelnen Clips zu synchronisieren, werfen wir einen Blick auf die Audiowellenformen und sehen, wo sie enden. Ich benutze den Abspielkopf als Leitfaden, um die Endwellenformen der einzelnen Spuren zu synchronisieren. Nachdem die Wellenformen alle mit dem Abspielkopf ausgerichtet waren, wusste ich also, dass alle meine Tracks grob synchronisiert waren. Hört sie euch an! Es ist ein bisschen zu laut, also stellen wir sie alle etwas leiser. Um zu wissen, wann es gut ist, überprüft einfach das Audiometer, wenn ihr das Video abspielt. Wenn es nicht in den roten Bereich geht, ist alles in Ordnung. Da euer Ton okay ist, schneidet die Clips so, dass sie alle die gleiche Länge und Zeit haben. Nun müssen wir jeden Clip einzeln exportieren. Schaltet die anderen Spuren stumm, damit keine Mischung entsteht. So könnt ihr auf genau dieses einzelne Instrument schneiden. Um einen Clip stumm zu schalten, klickt mit der rechten Maustaste in die Zeitleiste und dann auf Stumm schalten. Nachdem jede Ebene stumm geschaltet ist, exportiert ein Video mit der Export-Taste. Dann für die anderen Instrumente wiederholen. Ihr sollt auf jeder Ebene ein Instrument und danach für jedes Instrument ein eigenes Video haben. Wenn ihr ein Video exportiert, das über Videoebenen verfügt, klickt zum Ausblenden der Videospur einfach auf das Auge auf der linken Seite der Zeitachse. Vergesst nicht, die richtigen Ebenen stumm und wieder laut zu schalten, um einen individuellen Export zu erhalten. Und ihr müsst eure exportierten Clips klar benennen, damit ihr sie erkennt, wenn ihr sie wieder in Filmora verwendet. Der Export wird eine Weile dauern, also lasst uns zu dem Teil springen, wo sie alle exportiert sind. Nun blendet eure Ebenen wieder ein, aber lasst die Clips stumm. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und importiert dann die synchronisierten, exportierten Videos in Filmora. Geht auf die Registerkarte Geteilter Bildschirm, wählt das Gewünschte aus und legt es auf eurer Zeitachse ab. Doppelklickt darauf, damit seine Eigenschaften angezeigt werden. Klickt jetzt auf die Schaltfläche Erweitert. Es erscheint ein neues Fenster, in dem ihr eure Videoclips hinzufügen und einige kleinere Anpassungen vornehmen könnt. Ziehen wir also unsere Clips an die Stelle, an der wir alle haben wollen und spielen sie ab. Sie sind alle synchronisiert, das haben wir ja schon erledigt. Wenn ihr weitere Audiobearbeitungen vornehmen möchtet, geht zur Registerkarte Audio und passt dann die gewünschten Einstellungen an. Wenn ihr den Rahmen anpassen wollt, klickt auf die Registrierkarte Video im oberen Teil des Fensters. Wählt den Clip aus und verwendet dann die Steuerelemente in dieser Registerkarte. Wenn ihr möchtet, dass bestimmte Clips früher oder später erscheinen, könnt ihr die Länge in diesem Fenster genauso wie auf der Zeitachse anpassen. Es stellt sich also heraus, dass der geteilte Bildschirm ein Standbild von jedem Clip hat, obwohl ich möchte, dass sie erscheinen, sobald das Instrument zu spielen beginnt. Ich möchte also, dass sie erscheinen, wenn sie anfangen, ihre Musik zu spielen. Klickt dazu auf OK und geht dann zurück zur Zeitleiste. Um einen Teil des geteilten Bildschirms zu verdecken, benötigen wir ein kräftiges Weiß, damit die weißen Linien des geteilten Bildschirms nicht angezeigt werden. Geht dazu in die Medienbibliothek, nehmt ein Farbbeispiel und wählt ein kräftiges Weiß. Zieht es auf die Ebene über dem geteilten Bildschirm. Klickt darauf, so dass die Eigenschaften angezeigt werden und passt dann den Maßstab und die Position an. Macht das für jeden Abschnitt, den ihr nicht sehen möchtet. Stellt sicher, dass ihr den geteilten Bildschirm für den Zeitpunkt ausschneidet, zu dem das Instrument zu spielen beginnt, oder wo ihr den Schnitt im Fenster mit geteilten Bildschirm gemacht habt. Ich möchte noch auf Vollbildschirmaufnahmen von Instrumenten schneiden. Eine einfache Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, den geteilten Bildschirm auf die unterste Ebene zu legen und dann die Vollbildschirmclips darüber zu synchronisieren und dann entsprechend zu schneiden. Schauen wir es uns jetzt an. Und das war's mit unserem Tutorial. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ihr dieses Video erweitern könnt. Seid kreativ. Wenn ihr also eines dieser Musikvideos macht, wollen wir es sehen? Dann verknüpft es mit den Kommentaren unten und wenn ihr weitere Tipps und Tricks zur Videobearbeitung wie diese wünscht, abonniert unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Bye! Bis zum nächsten Mal.